111 Kilometer Akten. So viele private Details, Protokolle, Briefe und Aufzeichnungen hat die Staatssicherheit der DDR über ihre Bürger gesammelt. Eine Fleißarbeit. Hinter jeder Akte mindestens eine Lebensgeschichte. Wir haben enorm viele Geschichten von Menschen, die von der Stasi drangsaliert wurden, weil sie gesagt haben, ich will jetzt nicht mehr in der DDR leben, ich will raus. Und dann sind sie erst oft Jahre über Jahre hinweg abgedrängt worden, sind im Beruf rausgeflogen, ihnen sind Misserfolge organisiert worden, ihre Kinder sind in der Schule in die Mangel genommen worden, bis sie vielleicht irgendwann in den Genuss kamen, dann das Land verlassen zu dürfen. Und all das hat immer die Stasi gemacht, weil es dem Land so wichtig war, die Leute davon abzuhalten, das Land zu verlassen. Dagmar Hovestädt ist die Leiterin für Presse und Online-Kommunikation bei Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. 111 Kilometer Akten. Rund zwei Millionen Menschen haben schon seit der Deutschen Einheit in ihre eigene Stasi-Akte schauen können und teilweise nicht schlecht gestaunt. Sollte die Stasi Briefe beschlagnahmt haben, kann man auch Briefe lesen, die man zum Beispiel vielleicht nie erhalten hat, weil die Stasi die abgefangen hat und abgelegt hat. Und dann kann man 30, 40 Jahre später nochmal einen Brief lesen, den man hätte eigentlich schon viel früher erhalten können. Hallo Frau Hovestädt. Hallo, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne. Freut mich immer. Wir befinden uns hier an einem sehr historischen Ort. Hier war früher die Staatssicherheit der DDR. Genau. Wo war denn hier was? Also wir sind in der Ministeriumszentrale. Wir haben zu Hochzeiten 7000 Mitarbeiter der Stasi hingearbeitet und haben verschiedene Diensteinheiten, sind in diesen verschiedenen Gebäuden untergebracht. Wir stehen hier tatsächlich vor dem Haus 1. Haus 1 kann man sich denken, hat der Minister gesessen, heute Stasi-Museum. Wir gehen gleich in dieses Haus 7. Dahinter liegt das Archiv, also da gehen wir gleich rein und abgeriegelt wurde das Gebäude oder das Gelände hier durch das Haus 15, wo die Spionageabteilung, die HVA, untergebracht war. Na dann gehen wir doch mal los, oder? Gehen wir gerne los. Mit einem gebührenden Abstand, wie das heutzutage so notwendig ist. Das heißt, Sie waren noch gar nicht hier auf dem Gelände. Noch nie. Also von da ist das ganz spannend für mich. Wir stehen jetzt hier in der Ausstellung zum Stasi-Unterlagen-Archiv. Was ist das denn hier für ein Objekt? Also dieses Objekt ist ein Original-Kartei Pater Noster, also ein Umlauf-Karteischrank, der sozusagen der Original so auch bei der Stasi benutzt wurde. Wir haben insgesamt in diesem Archiv 41 Millionen Karteikarten in über 4.500 Systemen. Das heißt, die Stasi hat sehr intensiv mit Karteikarten gearbeitet, um Informationen festzuhalten, aber auch Zugänge zu Informationen zu legen. Da konnte man immer erst mal gucken, ist eine Person überhaupt erfasst. Das war für die Stasi damals wichtig. Und es ist für heute für uns auch wichtig, weil wir diese Karteisysteme nach wie vor benutzen, um den Zugang zu den Unterlagen zu schaffen. Wir stehen jetzt hier mitten im Stasi-Archiv. Wie viel Unterlagen liegen denn jetzt hier? Wir sind ja an diesem Ort in Berlin vertreten und an zwölf verschiedenen Außenstandorten. Und das sind insgesamt 111 Kilometer Akten, also Stasi-Unterlagen, inklusive 40, 41 Millionen Karteien. Was kann ich denn jetzt hier alles so sehen in diesen Regalen? Das sieht ja alles sehr unterschiedlich aus. Genau. Also das ist sozusagen auch ein kleines Regal, mit dem wir demonstrieren können, was es für unterschiedliche Dinge gab. Man muss dazu sagen, die Stasi hat das so nicht hier in das Regal gelegt, sondern das sind Bündel, weil das Unterlagen waren. Und Sie sehen hier Landkarten, Sie sehen hier Parteiprogramme, Handreichungen für den Arbeitsalltag, Sie sehen Formulare, sogar eine kleine Schreibmaschine. Das sind alles Dinge, die auf den Schreibtischen der Stasi-Offiziere gefunden wurden zum Zeitpunkt der Revolution. Und die dann von den damaligen Besetzern, aber auch von Personal, was danach kam, gebündelt wurden, ins Archiv gebracht wurden. Und die wir in den letzten 30 Jahren Bündel für Bündel aufgemacht haben, gesehen haben, was drinsteht, verschriftet haben. Der Archivar sagt, erschlossen haben. Und dann liegt es eben auch nicht mehr so als Bündel im Regal. Das ist sozusagen eine Illustration der ursprünglichen Situation, sondern oft in so säurefreien Kartons säuberlich weggepackt, damit der Archivar auch sagen kann, das hat hier die bestmögliche Chance, sehr langfristig zu überleben als Papier. Das war ja dann wahrscheinlich ein super großer Aufwand, das alles zusammenzutragen, oder? Wie lange hat das gedauert ungefähr? Naja, wir sind ja jetzt in unserem 30. Jahr. 1990 begann das alles mit dem Archiv. Die wildeste Zeit war sicherlich der Anfang. Da gab es enorm viel Druck, Millionen Anträge in den ersten Jahren, die an ihre Akten wollten und relativ wenig Wissen über das Archiv und wie man das alles macht. Also wir haben das von der Stasi-Archivierte, ist zugänglich über die Karteikarten. Deswegen konnten wir das von Anfang an schon nutzen. Und diese Bündel, die sozusagen aus den Büros gekommen sind und unsere Archivare in den letzten 30 Jahren sozusagen Bündel für Bündel geöffnet, verschriftet, in eine interne Datenbank einsortiert haben. Da sind wir jetzt, also bei dem Bestand, bei ungefähr 94 Prozent der Erschließung, so nennt das der Archivar. Es gibt ja auch sehr viel Schnipselmaterial. Also in der friedlichen Revolution wurde ja auch sehr viel zerstört. Wie wird das denn rekonstruiert und wie viel gibt es da überhaupt noch davon? Also wir haben hier in unserem Archivraum, den wir auch öfter für Besucher nutzen, deswegen ist das so ein bisschen hier ein Regal, in dem man noch einiges illustrieren kann. Wir haben hier auch so ein paar Säcke aufgezeigt oder ein paar Säcke hingestellt, mit denen man das noch so ein bisschen illustrieren kann, wie das früher war. Also die Stasi hat natürlich immer schon Material vernichtet, nicht nur in der Revolution, sondern sie hat auch Platzprobleme gehabt und musste sich selber von Unterlagen trennen. Also sie hat so geschreddert und sie hat eben auch Hand zerrissen, das ist das hier, und dann mit Papier versetzt. Das ist das so verkollete Material, um zu vernichten, damit man das nicht mehr sehen kann. Und wir haben sozusagen in der friedlichen Revolution hat diese normale Vernichtung von Büromaterial und Papier, das man nicht mehr braucht, und die Vernichtung, um Spuren zu verwischen, von dem, was die Stasi damals gemacht hat, die hat sich da so ein bisschen getroffen. Und wir haben insgesamt, ich sag mal, in der Größenordnung von 16.000 von so Papiersäcken mit handzerrissenen Unterlagen vorgefunden, die wir seither, so Mitte der 90er Jahre, versuchen manuell zu rekonstruieren. Und wo wir 2008 begonnen haben, in einem virtuellen Verfahren, das wir überhaupt erst mal erfinden mussten, virtuell zu puzzeln. Und wie lange dauert das noch, dass wirklich alles, alles, alles rekonstruiert ist, wenn es das überhaupt gibt? Ja, es wird alles digitalisiert unter Hochdruck. Bei Archiven heißt Hochdruck, dass es mal ein paar Jährchen dauert. Also, es sind ja auch große Mengen an Informationen, das braucht große Speichermengen, das braucht Finanzierung. Also, es geht nicht immer alles so schnell. Aber das ist auch noch keine finale Lösung, weil kein Mensch weiß, wie lange Server diese Informationen digital speichern können. Nun war die Öffnung des Archives ja auch sehr, sehr umstritten. Warum? Naja, sie war nicht wirklich so umstritten im Sinne derjenigen, die das Archiv in der Friedlichen Revolution besetzt und gerettet hatten. Sondern der eigentliche Streit darum war immer, ob man diese Geheimpolizei-Unterlagen, von denen kein Mensch so genau wusste, was da alles drinsteht und ob es die Leute nicht wahnsinnig aufregen würde, ob sie nicht Rachegelüste bekommen, ob man die einfach so mit der Gesellschaft in Verbindung bringen kann. Also, es gab den einen Teil, der gesagt hat, wir können das Geheime nur auflösen, wenn wir es öffentlich machen. Und als es dann darum ging, im Vereinigungsprozess auch mit der Westseite das auszuhandeln, hat die Westseite, die Bundesrepublik gesagt, naja, also wirklich Geheimpolizei-Unterlagen, also da stehen ja auch wir mit drin. Das ist alles, und wer weiß, ob das nicht zu großen Rache-Akten führt und das ist so unkalkulierbar. Da sind wir doch sehr vorsichtig und lassen das lieber. Und haben also diesen Beschluss der Volkskammer, diese Akten begrenzt zugänglich zu machen, eher zurückgenommen. Und dann gab es eine zweite Besetzung hier und dann haben sich die Bürgerrechtler, die das erkämpft haben, diese Akten zu verwahren, zu erhalten und den Zugang und die Aufklärung wollten, die haben sich quasi durchgesetzt. Also mit dem 3. Oktober 1990 ist dieses Archiv eröffnet worden, um Menschen Zugang zu ihren Daten zu bringen und auch der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, ganz konkret im kleinsten Detail zu begreifen, wie eine Diktatur funktioniert hat. Wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen müssten, inwieweit hat denn die Wiedervereinigung von Deutschland und die Öffnung der Archive denn wirklich einen Neuanfang oder zum Neuanfang dazu beigetragen? Und war das dann so eine neue Chance, die Deutschland auch genutzt hat? Weil es ist ja jetzt auch schon 30 Jahre wieder her. Ja, das ist natürlich eine große Frage, die man so schwer, kurz und knapp beantworten kann. Also ich würde auch mit 30 Jahren Abstand sagen, die Chance, sich ein besseres Bild zu verschaffen darüber, was damals war, wer wie in der DDR, in der Diktatur gehandelt hat, wie Menschen unter die Räder gegangen sind, wie sie sozusagen im Knast gelandet sind, weil sie ihre Rechte wahrnehmen wollten und wie der Apparat funktioniert hat. Die Chance zu lernen, wie Unterdrückung und Diktatur funktioniert, die hat dem Vereinigungsprozess mit gut getan. Es ist immer gut zu wissen, wo man herkommt, um zu merken, was man will und möchte und wo man hin will als Gesellschaft. Die heutige Gesellschaft auch in dem Sinne besser zu gestalten. Die Chance au Vielen Dank.